Die Sportvereinigung Oberwart, die hat nämlich dieser Tage für Aufsehen gesorgt. Dabei spielt der Klub aus dem Südburgenland eigentlich in der Burgenlandliga, das heißt in der vierthöchsten Leistungsstufe, aber der Grund für die Aufregung war folgender. Der Ex-Team-Torhüter und Ex-Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt, der wird künftig nämlich für die Oberwarter tätig sein. Genauso wie bei der Austria nämlich als Sportdirektor. Und an diesem Wochenende wurde er der Mannschaft und dem Publikum vorgestellt. Freitagabend in Oberwart. Erstes Spiel der SVO im Frühjahr. Der Gegner heißt Kofidisch, alle sprechen aber nur über den Neuen bei Oberwart, der nicht auf dem Platz steht. Franz Wohlfahrt, ehemals Sportdirektor bei der Wiener Austria, beobachtet das Spiel. In erster Linie mache ich es deswegen, weil ich wahnsinnig gern mit jungen Sportlern, beziehungsweise mit jungen Fußballern zusammen bin und zusammen arbeite und gern dabei bin und mit Hilfe in der Entwicklung, dass sie sich verbessern. Und allein das heutige Spiel hat mir gezeigt, dass da eine Basis ist, wo man nicht ganz vorne anfangen muss, sondern dass wirklich was vorhanden ist. Und das macht mich noch mehr froh, dass ich den Schritt mache. Ein halbes Jahr nach dem Ende bei der Austria arbeitet Franz Wohlfahrt also plötzlich drei Klassen tiefer im Südburgenland. Schuld darin ist Bauunternehmer und Oberwartpräsident Gerhard Horn. Dadurch, dass wir einen neuen Vorstand mit 18.1. gewählt haben und im neuen Vorstand, also habe ich Beiräte drinnen und vor allem also einen persönlichen Freund, also von Franz Wohlfahrt, der dann gesagt hat, nicht lieber Gerhard, kannst du dir das vorstellen, also sagen wir so, dass Franz Wohlfahrt vielleicht bei dir, also im Verein, also in Oberwart, also tätig sein wird. Ich war hell begeistert natürlich aus der ganzen Situation. Aktuell befindet sich Oberwart im Mittelfeld der Tabelle in der Burgenlandliga. Rund 500 Zuschauer kommen bei Regen zum Spiel gegen Kofidisch. Auf die Schlagzeile Wohlfahrt zu Oberwart reagieren sie auf Nachfrage unterschiedlich. Man muss ja froh sein, wenn irgendeine große Person, also mit einem großen Armand kommt, dass in der Region wieder was rührt, dass Oberwart wieder dorthin kommt, was einmal war, oder annähernd soll, sagen wir so. Ja, momentan muss man sich überraschen lassen, man weiß nicht, was draus wird, aber es ist auf alle Fälle spannend einmal. Ein spannendes Projekt, aber wenn so ein großer, zu einem kleinen Verein kommt, bleibt dann gewisse Skepsis? Bleibt ein bisschen Skepsis über, ja, das ist klar, weil man nicht weiß, was dahinter steckt. Die waren noch nicht besser als mir, als Kofidisch. Wir haben immer mit lauter heimischen Fußball gespielt, aber was hat ja keiner. Das ist der große Unterschied? Das ist der große Unterschied, ja. Skeptische Reaktionen hat auch der Präsident wahrgenommen. Ich kann nur eines dazu sagen, er wird das Oberwart nicht abzocken. Wir haben eine ganz vernünftige Basis in der Richtung. Er weiß ganz genau, dass in einer Burgenlandliga oder in der Landesliga in der Richtung gewisse Honorare möglich sind und über die können wir uns nicht drüber hinwegsetzen. Und vor allem, es ist auch so, mein Ziel ist immer wirklich, diese Wirtschaftlichkeit vor Augen zu führen. Ungeteilte Begeisterung gibt es für die Leistung der Mannschaft in Blau, auf dem Rasen. Zu Pause steht es 2 zu 0. Am Ende gewinnt Oberwart 5 zu 1 gegen Kofidisch. Mannschaft und Trainer haben es geschafft, sich nur am Rande mit dem neuen Sportdirektor Franz Wohlfahrt zu beschäftigen. Ich war eigentlich eh mittendrin, ich war involviert in dieser Geschichte. Natürlich mit Herrn Wohlfahrt haben wir einen erfahrenen Mann. War nicht nur ein guter Tag, man hat auch gesehen bei der Austria, dass sehr viel Gutes dort bewegt ist worden. Ja, und jetzt entscheidend ist aber, es waren nicht sehr viele Medien, aber ich bin Trainer von der Mannschaft und für uns ist natürlich der Druck, jetzt war er ein bisschen größer wie normal, aber entscheidend ist, was wir auf der grünen Wiese fabrizieren. Natürlich kann es nur positiv sein. Ich glaube, gerade deswegen, vielleicht waren wir deswegen noch eine Einzelne mehr motiviert und haben deswegen auch sagen wollen, dass wir auch dank so einem Namen vielleicht was vorhaben. Doch was haben Gerhard Horn und Franz Wohlfahrt mit der SV Oberwart wirklich vor? Mit einem Klub, der vor 25 Jahren in der 2. Liga spielte und seit dem Jahr 2000 öfter ab als aufgestiegen ist. Ziel ist immer zu gewinnen und die Vision ist vielleicht nicht immer in der 4. Liga zu spielen, sondern mittelfristig nach oben zu gehen. Das ist jetzt kein Must. Wir brauchen jetzt die Spieler nicht überfordern. Das wäre falsch, aber man kann fördern und dann fordern. Wenn diese Möglichkeiten über Sponsoren, über Aktivitäten also möglich sein sollten, Oberwart hat ja schon mal ganz woanders gespielt, Oberwart war schon mal in der 2. Division, also dann werden, also wenn die Voraussetzungen, die wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind, also dann werden wir natürlich auch diese Ziele verfolgen können. Auch die Besucher im Oberwarter Stadion sehen ihren Klub nicht als Dauergast in der Burgenlandliga. Man müsste also im Südburgenland schon einen Verein zusammenbringen, der zumindest Regionalliga spielt, zumindest oder 2. Liga, was wir schon mal gehabt haben. Ich denke mal, die Landesliga ist momentan gerade die richtige Liga. Regionalliga irgendwann aber wieder? Ja, sportlich gesehen ist sicher eine Ambition, aber die Liga ist, glaube ich, ein bisschen dadurch, dass österreichweit oder in der Ostregion gestreut ist, vielleicht nicht so interessant von den Zuschauern. Ja, zumindest die Regionalliga auf alle Fälle. Was es darüber hergibt, weiß man nicht. Ob die Entwicklung der Mannschaft in den nächsten eineinhalb Jahren in diese Richtung geht, liegt auch im Einfluss des Sportdirektors und Unternehmers Franz Wohlfahrt. Wir werden sicher alles mit einfließen lassen und natürlich auch das Regionale. Wenn es möglich ist, aus der Region Jungs zu finden, noch dazu, es sind eh schon ein paar da, die mithelfen, dass der Verein nach oben geht, dann werden wir das sehr wohl machen. Es wird aber wahrscheinlich nicht nur mit den ganz jungen Spielern gehen. Im Endeffekt wollen wir uns weiterarbeiten, wir wollen uns weiterentwickeln. Und da brauchen wir natürlich einen erforderen Mann, der sehr viele Strukturen hat, sehr gutes Matikling, sehr gutes Netzwerk und das wird uns sicher in der nächsten Zeit sehr helfen. Ich glaube, dass wir wissen, dass Oberwart eine Stadt ist und Regionalliga wird sicher auch nicht schlecht, wenn wir wieder kommen würden. Der Weg zu Nummer 1 im Südburgenland ist jedenfalls noch weit. Am Mittwoch führt er für Oberwart nach Trasburg zum Tabellenführer mit einem anderen Ex-Team-Tormann als sportlichem Leiter, Thomas Mandl.